Er kann Dinge sehen, bevor sie passieren. Deshalb hat man den Eindruck, dass er so schnelle Reflexe hat. Das ist eine Eigenschaft der Jedi. Also, fahren wir. Dann also, auf! Machst du einen schönen Tag! Das Ding läuft auf Autopilot! Nein, nein, links! Los, Zeitkennerei, aus! Ich werde versuchen zu rollen, das ist ein guter Trick. Die Alborger dreht sich, unkontrolliert! Oh, scheiße! Hör sie! Hör sie! Die sind echt richtig sauer! Festren! Ich werde erwarten, den Verleiler! Steh auf und halten, aber können Sie nicht mal die Klappe halten! Ich fasse es nicht. Shit! Aber wie ist denn? Oh, oh! Oh, oh! Ob ich nix hinkucken kann! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ups, das ist gar nicht gut! Oh je, oh je! Hat er zerschrotet? Das ist gar nicht gut! Ihr wollt noch mehr witzige Parodien? Dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke! Ist ganz einfach versprochen! Ich nix hinkucken kann! Ich hab's geschafft! 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 Ich hab's geschafft!